Jürgen Dreefs verabschiedete sich im Oktober 2022 in seine wohlverdiente Rente. Doch scheinbar kann er der Bühne nicht ganz fern bleiben. Nun überraschte der Sänger seine Fans mit einem unerwarteten Comeback. Der 22. Oktober 2022 war ein emotionaler Tag in Jürgen Dreefs, 79, Leben. Mit einer pompösen Abschiedsshow sagte er der Bühne Lebewohl und begab sich in seine wohlverdiente Rente. Doch anstatt endlich einmal die Beine hochzulegen, kann es der König von Mallorca scheinbar nicht lassen. Beim Musikfestival Schlagerhammer in Oranienburg in Brandenburg geschah nun nämlich ein kleines Wunder, der Sänger feierte sein unerwartetes Bühnen-Comeback. Jürgen Dreefs, Tochter Gio Elina brachte ihn zurück auf die Bühne. Jürgen Dreefs ist zurück. Zumindest für einen Auftritt mit seiner Tochter Gio Elina, 28. Die holte ihren Papa jetzt nämlich zurück auf die Bühne als Special Guest, den niemand erwartet hätte. Der Sänger, der der Bühne unter anderem wegen seiner unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathy, den Rücken gekehrt hatte, performte mit seiner Tochter seinen Hit Ein Bett im Kornfeld als wäre er nie weg gewesen. Ein Traum, den er seine Tochter nun erfüllte. Denn Gio Elina gibt gegenüber Bild zu, es war schon immer mein Wunsch und der meines Papas, dass wir mal Ein Bett im Kornfeld in Duet singen. In Oranienburg war es dann so weit. Papa hat den Song sogar einen halben Ton höher als sonst gesungen, um näher an meiner Tonlage zu sein. Auch der einsetzende Regen kann dem Vater-Tochter-Duo nichts anhaben. Lachentanz der pensionierte Schlagerstar über die Bühne, deutet sogar seine typischen Dreefs-Pirouetten an. Eins ist klar, trotz Rente, Jürgen Dreefs hat es immer noch drauf. Dürfen sich Fans da etwa über ein dauerhaftes Comeback des Sängers freuen? Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass er seine Tochter auf der Bühne unterstützt. Der Auftritt war wirklich sehr schön und hat mir großen Spaß gemacht. Das Publikum war toll. Aber das wird in Zukunft nicht öfter vorkommen. Ich genieße meinen Ruhestand und die damit verbundene Zeit, die ich mit Ramona und Gio Elina verbringen kann, wirklich sehr, betont der einstige Mallorca-Sänger. Ob Jürgen Dreefs seine Leidenschaft für die Musik nun wirklich ruhen lassen kann, bleibt abzuwarten. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal zu warten.